Ich versuche den Koshiguruma zu werfen. Dafür greift er an meinen Ärmel in die Naht, mit der anderen Hand hinten auf meinen Rücken in die Jacke. Sein Rücken nun vor meinen Bauch. Beide Füße zeigen mir die gleiche Richtung wie meine Füße. Damit ich nun aber nicht geworfen werde, weiche ich zur Seite aus und schiebe mit meiner Hand gegen seine Hüfte. Dadurch kann er nicht einbringen. Jetzt möchte ich selber werfen. Dafür greife ich an seinen Ärmel, mit der anderen Hand hinten auf seinen Rücken, führe zwei Schritte aus. Eins, zwei, gehe tief in die Knie, mein Po zur Seite und werfe ihn auf der linken Seite. Noch einmal etwas schneller. Moritz geht ein, ich weiche aus, greife selber. Eins, zwei Schritte und werfe. Eins, zwei Schritte und werfe. Vielen Dank.